Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Daddy Galat und ich möchte heute einiges loswerden. Er hier, dieser ABK, die tun immer so, als wären sie wirklich die YouTuber des Jahres. Bruder, setz dich hin, du bist YouTuber des Jahres. Schwab deine Mutter? Ja, ich schwab deine Mutter. Mein Test. Spass, Ding, ich schwab, ich schwab, ich schwab, ich schwab, ich schwab, ich schwab, ich schwab. Jöwe Leute, jetzt wird wieder ge- behp-bäh-bäh! Es geht nämlich darum, dass ich vor ca. zwei Monaten ein YouTube Video gemacht habe, in dem ich gegen zwei YouTuber geschossen habe. Ich habe die Namen aller YouTuber, die ABK jemals gedisst hat, in diese Dose getan. Ich bin behp-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh! Zwei Fliegen mit einem Klatschen. Auf einmal, bedenkt Leute, ich hab das vor zwei Monaten gemacht, ne? Ich guck so vor ein paar Tagen, da hat sie einmal ein Antwort-Video gemacht, wo der auf das Video reagiert, was ich vor zwei Monaten gemacht habe. Bruder, wo warst du die ganze Zeit? Warst du, weiß nicht, 100 Jahre lang in Marokko und hast da Hobbystrecken gezählt oder was? Warum kommst du mir erst zwei Monate später mit einer Antwort an, Junge? Warum ich halt damals gegen diese YouTuber geschossen habe, der erste von denen, der hieß Yesen, gegen den hab ich ein Video gemacht, weil der hat eine Schul-Story von mir geklaut. Und was heißt geklaut? Der hat mir die jetzt nicht weggenommen, der hat die eins zu eins genauso erzählt. Alles schön und gut, aber er hat behauptet, diese Story wäre ihm passiert. Und er hat die wirklich eins zu eins so erzählt, wie ich die erzählt habe. Dann dachte ich mir, okay, wenn der jetzt schon lügt mit seiner Abonnentenzahl so, was wird der dann machen, wenn der später mehr Abonnenten hat? Dann wird der Politiker, glaube ich. Dann erzählt der auch nur Lügen. Ich verspreche euch, wenn ihr mich will, werden die Schokobrösen in Niederbäga. Auf jeden Fall habe ich schon noch über mein Video gesprochen. Der hat das auch alles eingesehen, dies, das. Und dann war da noch ein anderer Marokkaner. Ich glaube, der war schon sechsmal so alt wie ich. Keine Ahnung, wie alt er ist. Der hat ein Video gemacht, in dem er gefordert hat, dass ich mich bei dieser Persiex entschuldige. Der hat also sein Video genau zum richtigen Zeitpunkt rausgehauen. Nämlich genau da, wo ich Beef mit der YouTuberin Persiex hatte. Sagen wir sich da ein, mich damit auch ein bisschen Klicks macht. Das ist ja kein Problem, ich will auch nur Klicks machen. Das ist kein Ding. Deswegen hatte der dann den Namen von so ein paar YouTubern in seinem Titel. Und unter anderem auch meinen Namen. Und wenn jemand meinen Namen in seinem Titel hat, ist ja kein Ding, Brudi. Aber dann musst du auch damit rechnen, dass ich vielleicht darauf reagiere. Das ist so wie wenn du mich rufst, so... Dann kam ich so angejoggt, Bruder, was ist los, was ist los? Und dann wird gebetet, wenn ich Bock habe. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, worum es in seinem neuen Video geht. Ich fasse euch das ganz kurz zusammen, weil Zusammenfassungen konnte ich in Deutsch schon mal gut. Ich hatte immer so vier Minus. Der spricht in seinem Video folgende Sachen an. Was für asoziale Kommentare von meiner Community gekommen sind. Und dass der halt wegen mir sein Mal Held bekommen hat. Und der redet darüber, dass der halt diesen Yesin, den kleinen Jungen, den ich gedisst habe, der meine Story geklausert, in Schutz nehmen möchte. Yallah, lasst uns mal sein Video angucken. So, sein Video heißt... Habt ihr das gesehen? Der Typ hat 354.260 Klicks. Oh mein Gott, die Welt ist gegen mich. Es hat alles keinen Sinn mehr. Ich kann das nicht mehr. Leute, Alhamdulillah, mir geht's wieder gut. Ich wurde frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen, weil ich soeben vom Arzt erfahren habe, dass das gekaufte Klicks sind. Ihr seht, das Video hat über 300.000 Klicks und insgesamt nur 302 Bewertungen und nur 54 Kommentare. Das geht doch gar nicht. Weil wenn man schon bedenkt, das Video hat er vor ein paar Tagen hochgeladen. Ich kaufe vor sechs Tagen und da hatte das schon 354.000 Klicks. Warum ist das dann nicht in den YouTube-Trends gelandet, wenn er so schnell so viele Klicks gemacht hat? Dann hast du wohl von den Linglings aus China ein paar Klicks bekommen. Und jetzt eine Bitte an dich, Daddy Galat. Sag mal bitte, wo du die Klicks kaufst, weil ich brauche auch welche. Wenn die Leute sich gegenseitig kritisieren würden, statt sich gegenseitig fertig zu machen. Bruder, wohin zoomst du ja? Soll ich so hinterm Bildschirm gucken, oder was? Ah ja, und übrigens, da war gerade mein Drescho Steve. Schöne Grüße an dich, Bruder. Und geht mal bitte auf sein Video und dann in die Kommentare und schreibt ihm, dass wir gerade an dem vorbeigelaufen sind. Du fettes Stück ist es an, du Dreck. Würdest deinen Arsch für Likes verkaufen und eine fette Transe recht geben, obwohl diese fette Transe stark was gegen den Islam was sagt. Du Hund, sollst dich schämen. Tfu, auf deinen Nacken. Top-Kommentar 2017. Sozusagen, Bruder, ich fühl dich. Wer auch immer das geschrieben hat, du hast auf jeden Fall zu oft meine Videos geguckt und die wahrscheinlich auch zu ernst genommen. Aber ich feier dich. Also habe ich mich entschieden, lieber tue ich dann eine Transe recht geben, denn ich habe den Durchblick. Wer bist du denn, dass du den Islam verteidigen kannst? Welche Fundamente hast du und sag mir, wer du bist? Daddy Galat, du heißt ab sofort Räuschlon, weil du extra einen auf, sag mal korrekt und integriert machst, um die Schweine-Beefy der Almans zu lutschen. Und an alle Kanacken, die auch mal eine Beefy probieren wollten, aber nicht konnten, weil immer die Sachen Luft da drin ist, für euch gibt es jetzt offiziell die 100% Geflügel-Beefy. Okay, das ist jetzt sehr schlüpfrig. Okay. Hört mal Mädels, so eine Geflügel-Beefy ist auch was ganz Nettes. Beefy ist ja eigentlich so ein Schweinefleisch-Unternehmen. Locker riecht dann diese Motto Geflügel-Beefy auch nach Schweinefleisch. Haram, Bruder. Wie erbärmlich bist du? Dein Video ist voller Doppel-Moral und Heuchlerei. Und hier, Javi, Jafar, schreibt ABK, fick dich, du Bastard. Fünf Likes, ABK-Army. Danke. Danke. Hört doch auf, den zu beleidigen in den Kommentaren. Seid ihr behindert, was habe ich für eine scheiß Kanaken-Community. Jeden beleidigt, über den ich Video mache. Chillt mal, Alter. Scheiße. Ich glaube, so gut wie alle, die deine Videos checken, schon, dass du einfach keinen Bock hast, irgendwie einen Job zu suchen und deswegen YouTube machst. Genau, ich habe auch keinen Job. Ich bin Hartz-IV-Empfänger und verdiene mein Geld nur durch YouTube. Ja, mein Onkel lebt auch von Hartz-IV. Trotzdem macht er kein YouTube. Aber Saf, ich habe den jetzt geschaut. Der wollte uns mit diesem Video nur zeigen, dass der die Zoom-Funktion in seinem Video-Bearbeitungsprogramm gefunden hat. Bevor ich mir das weiter durchlese, ne, klicke ich mal auf seinen Namen, damit ihr mal seht, was das so für Leute sind, die, äh, die hier auch so von wegen, dass ich keine Arbeit habe und so. Nicht? Sieben Likes, zwei Dislikes. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen oder was? Hört euch das mal an. Und das sind so Leute, die schreiben auf meinen Kanal und bewerten mich schlecht. Schüch, wie der ausrastet, weil der von neunjährigen Kindern gedisliked wird. Und denkt ihr, ich werde euch jetzt disliken, deswegen? Dieser Heuschle macht jetzt einen auf Motto, der ist korrekt und disliket nicht. Hoja, du bist nichtmals eingeloggt. Und hast bestimmt nur dein Passwort vergessen, weil sonst hättest du schon längst disliket. Ich geh mal davon aus, dass es hier einer von denen war, hier. Scheiße, Mann, ich bin im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Oh, scheiße, erst diese Talkshow und jetzt das. Oh, Mann, ich bin schon ein richtiger Star. Also Leute, ihr müsst selber entscheiden. Aber hier, wenn ich schon lese. Habibis übertreibt aber nicht. Walla mobbt Yassin nicht. Wenn ihr, wenn ihr Ehrenmänner seid, immerhin ist der auch einer von uns. Ja, was machst du denn von deinen Ehrenmännern, äh, Dislikes-Videos? So scheiß Videos schneidest du von ihnen irgendwas raus und stellst dir hier so im YouTube, dass die anderen sich darüber lustig machen. Ah, halt mal den Beiflag, du Frikadellenverkäufer. Das, was ich bei Yassin gemacht habe, das war eine Erziehungsmaßnahme, weil der gelogen hat. Ich will nicht, dass da so ein Heuschleun wird, wie du später. Sogar mein Habibi Aristoteles hat einmal gesagt, einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken, heißt einen Fleck durch ein Loch zu ersetzen. Oder willst du etwa, dass später mal der arme Yassin in seiner Bettdeck Melaschad als ein Marokkaner in seinen Zehnern in der Tuck-Life nimmt. Das ist scheiße, Leute. Das ist so einer, der schneidet sich von irgendwelchen Kanälen so Videos raus, nur weil er sich hier wichtig findet. Guck mal schon, alleine wie er sich hier bei mir äußert, wie er mir da schon missgönnt. Was missgönne ich dir bitte? Was, was? Guck mal, ich mach sogar jetzt ein Video über dich. Du bekommst jetzt ein paar Klicks. Und vielleicht gibt's sogar ein paar Hintos von mir, die dich jetzt abonnieren werden. Vielleicht wirst du jetzt durch mich so filmen, dass du bald jemanden hast, der dich sogar fährt, damit du in Ruhe deine Videos filmen kannst. Inschallah hast du dann auch mehr Zeit, um darüber nachzudenken, was du für eine Scheiße laberst. Ich schwöre, du bist immer noch auf dem Level 8. Klasse Ethik Unterricht Kanake. Punkt. Man hört auf jeden Fall ihn reden auf meinem Kanal. Da sagt er, ja, hast du nicht geschafft. Äh, hast du nicht. Ja, toll. Kannst auch bei Klippfisch und so. Guck mal, wie undankbar der ist. Ich geb dem sogar noch Tipps und sag dem, wo es sich für ihn am besten lohnt, Videos hochzuladen. Und der macht einfach diese... Nein, das sind so Leute hier, vor denen müsst ihr aufpassen. Vor denen müsst ihr aufpassen. Der macht alles schlecht fast. Der redet dann von wegen alles gut, er wäre sympathisch und so. Seid vorsichtig. Haltet euch, wie gesagt, von ihnen fern. Auch seine Brüder oder wer mit ihm Kontakt hat. Was für Fernhalte, du Spaß. Die schicke ich Leute zu mir erst nach Syrien oder was. Sag denen doch direkt, dass die Fernhalte Spray kaufen sollen, damit ich denen nicht zu nahe komme. Aber ey Leute, falls ihr nach Syrien... Ja, ist so. Denn wer redet hier von Ehrenmänner? Denn wenn ihr Ehrenmänner seid, kommt bei mir auf den Kanal und klickt und guckt euch das an. Aber diejenigen, die das gedisliked haben, ihr habt euch noch nicht mal entschuldigt. Und das war kacke. Oh, Leute, der geht mir gerade auch nochmal auf und sagt, bitte geht mal eben auf seinen Kanal und gibt dem ein Like, damit er dieses Gefühl von Lob hat. Weil ich glaube, seine Eltern haben den noch nie gelobt. Aber was will man auch an dem loben? Guckt euch den mal an. Ich gucke aus dem Fenster. Alle haben fotografiert. Alle Fotografien, wo ich gerade zugeguckt habe. Damit, mit diesen Konsequenzen hättet ihr rechnen müssen. Ja, und unten wurde schon auf mich darauf, glaube ich, hingewiesen. Ich gehe davon aus, dass ich dafür jetzt vielleicht gemeint bin. Äh. Hier, beleidigen wir ihn unter seinen Videos. Vielleicht macht er dann ein Statement. Marschallah, der weiß sogar direkt, wo die Stelle ist. Ich glaube, da hat ein Textmarker so Bildschirm markiert. Die meisten, die ihn geliked haben, sind die Deppen der Nationen dann. Ist das Ehre, seine Nächsten hier im Internet so reinzustellen, als wäre er so ein lächerlicher Vogel? Dabei fand ich den Kleinen total cool. Ja, aber Jessen findet dich nicht cool, Junge. Oder nicht, Jessen? Oh, der Lutscher, Alter. Der ist einfach älter als mein Vater. Nehmt YouTube viel, viel zu ernst. Ich hab selber das Ding geschoben. Vor allem, der beste Stelle war, so wie sie das mit anonymen muss, ja. Oh, ich hab den richtig manipuliert. Genauso wie Superman Dennis, dein kleiner Bruder. Deppen des Jahres. Hätte ich am wenigsten gedacht, dass er wirklich so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, natürlich. Er äußert sich hier vor allem über diese YouTuber hier, besonders über den Marokkan. Er ist ein ganz kleiner Junge. Er ist ein richtiger Rechtsverdreher. Verdreht die ganzen Sachen so, wie er das gerne für richtig hält. Ja, genau. Schließlich habe ich auch Rechtswissenschaften studiert. Und ein Anwalt muss stets in der Lage sein, das Recht zum Wohle seines Mandanten verdrehen zu gönnen. Macht sich hier total wichtig. Missgönnt hier anderen Likes oder anderen Fame. Und man merkt so richtig so, wie viel Neid dahinter steckt. Dass er möglichst alles versucht, die Aufmerksamkeit zu sich zu ziehen. Ja, okay, ich bin neidisch. Ich geb's wenigstens zu. Weil guck mal, ich mache schon seit Jahren YouTube und kann mir nichtmals in der Unimensa ein Kinderbohren oder eine Milchschnitte leisten. Und du kannst dir einfach mal so 300.000 Klicks kaufen. Die haben hier ihre eigene Armee. Alle? Wenn einer hier was sagt, lass uns da machen das andere auch. Guck mal hier. Da lauern auch die Leute rum. Die sehen aber auch gar nicht echt. Auch sogar Türken sind da drinnen, Leute. Türken. Ey, guck mal, du tolerierst Transen, genauso wie ich auch. Aber warum machst du dann so einen auf Türken? Die haben doch auch ne Daseinsberechtigung. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt einer türkischen Transe begegnen würdest? Hm, hätten wir da eventuell ein Problem? Wir nehmen den Strike und schieben ihn bei... Na, na, na. Ui, yo, warum stülst du wie so eine Kahpa? Bist du etwa gerade auf der Arbeit? Daher hast du das Geld für die Klicks. Hört bitte genau aufmerksam zu. Das ist ganz wichtig für alle. Für alle, was er jetzt genau sagt. Ja, guck, da muss ich dir recht geben. Mein Intro ist mit Abstand das Wichtigste in meinen Videos. Er macht sich über den Kleinen lustig. Und das ist so peinlich, Leute. Das ist richtig peinlich. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Weil der arme Junge, den gönne ich das voll. Und mir gönnst du nicht. Warum macht ihr das denn? Hört einfach auf mit der Kinderscheiße. Siehst du, hier schreibt Mert. Ist der Einzige, den ich jetzt gelesen habe. Ich glaube, das ist auch ein ganz erwachsener Kerl hier. Von den ganzen Kiddies. Ich verstehe. Guck mal, er ist der Einzige, der es begriffen hat. Mama Mia. Das Wort Einzigste existiert nicht. Genauso wie die vermeintlichen 300.000 Menschen, die angeblich dein Video geguckt haben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.